hallo und jetzt willkommen zu einem neuen let's arrive mal wieder so ja wo wir stehen wie genau pflastersteine ich brauche einen fucking pflasterstein habe ich einen schon eisen als neue seien habe ich schon mal habe ich nicht okay dann werden wir als nächstes zwischen schatten flasche gegeben wenn wir keine nein um dings mehr holen verkauf mir den scheiß wo ist jetzt diese verkäuferin ich brauche meinen komm es dann wieder teilweise ein bisschen komm schon wo bist du hallo man jetzt nicht nach wo ist sie denn jetzt ich brauche komm es drohen ich brauche mein zeug verkaufen da ist ein reingang vielleicht war vielleicht scheiße es braucht eine bein vielleicht kauft irgendwas vielleicht irgendwas anderes rastet ja 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 das hat weh getan aber okay danke so jetzt kann man halt auch hier rein sehr schön jetzt sind hier auch die lagerbestände von die zitrus oder wie heißt das zitri ok und jetzt will ich natürlich ein bisschen mein kopf ist und zurück haben wo ist die piep denn jetzt jetzt kann ich abbauen daran denke ich dann mal am wenigsten wenn es darauf ankommt das kann ich auch einfach farben theoretisch so theoretisch ne bräuchte ich jetzt gar nicht ein case sondern können aber hier so meiner kopf ist so miene hin machen theoretisch ja machen wir das machen wir das machen wir das machen das macht so spaß ja ich brauche ich brauche ich wollte zusammen 180 oder so und ich weiß nicht mehr 40 habe ich hingeben ich mal einfach ein bisschen es geht ja recht schnell naja bisschen erzählen ach so ich nehme gerade die folge von vor der folge vier also nein die folge vier die ihr letzt die letzt gab es in der folge fünf die habe ich heute auch aufgenommen also heute erst einmal seit lange dass ich zwei folge an einem stück an einem abend aufnehme weil das mal ja sonst immer kurz danach einfach ich habe so bock auf diesen mod ich muss aufnehmen sonst muss ich weinen so wie viele haben wir für für 64 schon sehr schön aber ein bisschen weiter so das ist ein toller mod und später wird glaube ich alles noch mal umgebaut aus stein also die ganzen gebäude hier früher war das so glaube ich und jetzt ist es glaube ich oder so keine ahnung ich habe jetzt nichts von gelesen aber früher war das so ja und das wäre halt auch cool und so und ich freue mich eben hier alles ausgebaut ist wenn ich da bis da noch lebe aber naja schauen wir mal so den 64 meinte voll und dann schaue ich noch mal dann schaue ah mir fällt gerade einmal bevor ich es vergesse da ist der junge drin ist da und diese ah nee das war ja gar nicht das haus mit diesen verpesteten jungen ich glaube da braucht doch zitre ne oder zitre ein alkoholisches getränk für den jungen war das die da komm zeig mir an zeig mir seinen namen warte komm schon das ist ja cool die broters okay aber die war das nicht wir brauchen die mit dem kranken sohn steht drin ach krankes kind jawohl das ist nicht ach trieb es nicht ich arschloch ich volle tut ach nee quatsch der eine brauchte zitre stimmt ach gott ich dachte ich hätte schon falsch gebaut scheiße wort der hier braucht ich glaube zitre oder durstig annehmen ja das war nötig vielen dank man herr angenommen 64 den years ok und 18 für experience cool sehr schön dankeschön für das schöne gut also yo noch ein quest abgeschlossen sehr sehr schön ich finde das eh geil nein da finde ich ich finde es echt geil dass man hier in minecraft quest dann nehmen kann mit dem mod hier das macht es um einiges ruckhegeliger um einiges ähm spaßiger und abwechslungsreicher und so ja und so lalala 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 ich mach hier die reihen noch komplett und dann geben wir das mal verkaufen und mal sehen ob es reicht eine eisenspizelle würde es natürlich schneller gehen oder halt der diamant das ist ja logisch so 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 schauen ich habe vergessen ich hätte brauchen 102 auf jeden fall passt das aber 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 hier ist ganz zu verkaufen und ich will es auch nicht verkaufen weil sonst was ist denn ein erwischt boven müsst hau hallo ja hier ich habe zeug für dich also schiff ganz alles haben hier wohl nicht alles so viel wie du brauchst du hast noch okay das war's oder hier aber nicht weil ich alles behalte ich ja für später wenn das wieder mal braucht so packen hier rein das brauche ich auch nicht im inventar haben aber ich habe immer noch stimmt ich habe immer noch das 18 eisen das habe ich ganz so gegessen mensch acht glas noch hier brauchst du glas ich brauchst nicht so und die geniäre obwohl es immer gut wenn man das dabei hat knochen noch hier rein und ich will endlich mein eigenes haus deswegen bin ich halt ganz drauf aus jetzt die reputation hoch zu pushen aber ich will es halt nicht übertreiben und den holz verkaufen obwohl sie nichts brauchen das wäre eigentlich ziemlich verschwendung ja und was ist das warum ist es immer noch leer ich dachte es soll ein steinbruch werden so stanz bei leo.org ist ja es aber nichts ein nichts okay ein apfel meiner so so es wird schon wieder dunkel ist halt die frage ob ich dann halt pennen gehe oder warte dass jemand kinder macht hallo macht mal kinder ja ich weiß es war d in die anhörern bei der kann ich die verkaufen diese äpfel okay wenn sie so hätten okay zeit für mich ins Bett zu gehen, würde ich sagen. So. Und gute Nacht. Ähm, gute Nacht. Äh, gute Nacht. So. So, hier sind wir wieder mal so erstaunlich es ist. Ja, da können wir uns an sich gleich mehr Eisen machen. Eisen kann man eigentlich auch verkaufen, obwohl das wäre ein bisschen so wahrscheinlich Armand kriegt 20 Dinar für obwohl 20 sind auch nicht so viel. Ich kann es auch kaufen, wenn sie es hätten. Wenn die einen Steinbruch hätten. Ähm, was gibt es da so? Mhm, mhm, mhm. Und was cool ist, man Wolle kaufen kann, wenn sie sie hätten. Wegen Bett, aber jetzt habe ich hier schon eins. Okay. Ja, was willst du denn noch? Burn, 0% Norden, Osten, Nordosten. Okay. Im Nordosten wird was gebaut. Oh, Stein. Nur das, äh. Oh Gott, das liegt. Ah, da. Ich sehe schon. Mal schauen, was der Kerl so macht. Mhm, 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 mhm. Show me. Was du tust. Ach, die, natürlich. Die Frauen bauen hier natürlich. Ist logisch. Wir möchten leben. So, schöne Arbeit. Wie heißt die? Das ist Alfgard. Ach, die. Boah, wenn ich so hüpfen würde, ey. Das ist aber schwer zu lesen, wenn die hüpft und springt und... Äh, ja, ist ja das gleiche. Ähm, wenn sie hüpft und ich das lesen will. So, was war denn hier nochmal? Ach, genau, eine Schweinefarm. Und die können es aber... Ach so, nee. Können sie nicht. Stimmt, Schweinefarm haben sie doch schon. Wie... Oh, oh Gott. Es ist... Was will es? Wenn ich erwachsen werde, will ich wie Papa sein. Okay, es will wie Papa sein. Oh Gott. Hallo, kann ich mit dir reden? Ich will nicht mit deinen Kindern in Kontakt kommen. Na gut, dann doch nicht. Ich will das haben. Und, schau mal so, fällt Bäume. Fällt Bäume. Ich sehe es. Ah, vielleicht ist er wieder das Schwert von dem Typen kaputt. Das wäre schön. Na komm. Nein, ja, bleib stehen. Ich will lesen. Nimmt Güter aus dem Haushalt, okay. Und ein bisschen Sachen auf Französisch. Ähm... Ach so, die kommt ja immer zu einem, wenn man hier drin steht. Ah, da kommt sie. Da kommt der Olle. So. Oh, mein Sohn... Ach so. Naja, ist schon... Ich immer dieser. Baudin oder Trippes. Wo kriege ich das her? Was war denn das nochmal? Mal mal kurz schauen. Baudin oder Trippes. Baudin oder Trippes. Was war das? Ich habe es vergessen. Ach, genau. Wo habe ich das gesehen? Wer verkauft das? Äh... Ich habe es vergessen. Irgendwer... Baudin? Was war Baudin? War das nicht dieses Baudin 9? Nor? Ist das damit gemeint? Wahrscheinlich nicht. Ah, wo kriege ich das her? Das wäre halt nur die Frage. Ich überlege eh mal, ob ich einfach mal Minecraft laufen lasse, während die sich hier ein bisschen entwickeln. Weil es dauert ja ewig. Obwohl, nee, das wäre ja scheiße. Da könnte ich in der Zwischenzeit vielleicht mal in den Cave gehen oder so. Warte, ich habe ja Eisen. Da könnte ich mir theoretisch mal einen anheuern und den losziehen. Das Ding ist halt, ich habe echt Schiss, dass ich draufgehe. Und dann war es das, ne? Dann war das alles umsonst. Das wäre so schön, wenn ich... Momentan bereue ich es, dass ich auf Hardcore spiele, muss ich ehrlich sagen. Weil es wäre geil hier, ähm... Hier, wenn ich respawnen würde, damit hier nicht alles verloren geht. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das möchtet. Ich will jetzt mal von euch wissen, wäre es für euch in Ordnung, wenn ich... Also das kann man ja, glaube ich, irgendwie umwandeln. Wenn ich dann hier doch nicht im Hardcore spielen würde, weil sonst alles verloren gehen würde, wenn ich sterben würde, weil ich fühle das gerade so schön mit diesem Mod. Stell dir vor, dann gehe ich in den Cave und wusch weg. Lava natürlich. Und dann war es das. Das wäre nicht schön, finde ich. Und, ja, schreibt mal das in die Kommentare. Und wenn das abgesprochen ist, gehe ich nächstes Mal in den Cave. Ich kann jetzt schon mal einen anheuern mit Eisen, das ich hier habe. Aber erstmal baue ich mir was. Die sind ja unten noch nicht so teuer. Natürlich jetzt keine Rüstung, sondern... Ah, Gunparts. Ja. Ich weiß jetzt sowieso nicht, wie viel das kostet. Stimmt, ich habe ja den Robo-Revolver-Mod drauf, den ich mir vorgestellt hatte. Kann ich später auch noch machen. Aber jetzt erstmal nicht. Ähm. Achso, ich kann... Ach, deswegen kann ich keiner. Gut. So, Holzschwertsch, äh, Holz-Dings-Axt und jetzt noch ein paar Stein-Dinger. So, zur Sicherheit. So. Okay, aber den Rest kaufen wir jetzt. Ach, was willst du? Mann. Ähm. Ja, ähm. MMM. So, hier, die liegen wir so lange, legen wir so lange hier rein. Da brauchen wir auch nicht so... Oh, wir haben kaum Fackeln. Dann brauchen wir die doch. So. Sticks, Sticks, Sticks. Wo sind sie? Ich bin blind. Hier. Äh. Achso, genau. So geht das jetzt. So. Jo, das reicht mir eigentlich erstmal. Achso, wir haben ja Cola, wir auch nicht. Gut. Ja, dann kaufen wir jetzt erstmal so einen Typen. Und mit dem ziehen wir dann in der nächsten Folge los. Das wird auch nicht heute so eine lange Folge. Wie gesagt, das ist heute die zweite. Und, äh, langsam weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Und bevor ich jetzt nicht weiß, ob ich, ähm, im normalen Let's Play spielen soll oder nicht, will ich da jetzt noch nicht in den Cave losziehen. Aber irgendwann müssen wir es eh riskieren. Also, wenn ihr sagen würdet, Spiel ohne Hardcore, dann würde ich irgendwie versuchen. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kann. Ähm, Boda1995, der guckt das bestimmt. Ähm, der hat mir das, glaube ich, schon mal gemacht. Oder wer war das? Bin mir nicht mehr sicher. Ähm, na jedenfalls, äh, ging das mal irgendwie nur andersrum. Von der normalen Welt auf Hardcore oder so. Oder halt andersrum, andersrum. Ach, keine Ahnung. Irgendwie halt. Also, der wollte das. Der wollte das. Oh Gott, ich muss schon billigen. Ähm, was kostet der? Oh, hab ich die Spreise scheiße gemacht, echt? Äh. Okay, muss ich mit noch dem billigen Ohr. Okay. Ja. Hätte ich vielleicht auch mal... Na, egal. So, dann, hallo. Ich heuer dich für drei Tage an. Du bist meins. Ha, 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 ha. Geil. Okay. Ja, das nächste Mal gehen wir dann natürlich, wie gesagt, in den Cave und sagt mal einfach, wie ihr das seht. Let's Play oder Let's Survive. Was wäre euch momentan lieber hier mit dem Millionaire-Modsch. Und falls jemand von euch, äh, eine Hardcore-Map in eine Survive-Map, äh, eine Hardcore-Map in eine Let's Play-Map, äh, eine Hardcore-Map in eine normale Welt umwandeln kann, dann sagt mir bitte Bescheid, ey, falls ihr jetzt nicht rund euch einfach nicht bezahlt habt. Okay. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein, lasst knacken und bis dahin. Ciao. 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 Ciao.